ARD Text im Auftrag von Funk hier ist Quartz, immer mitnehmen Pflanze alles an, was geht, wenn nur Platz Boah, ich hab grad so viel Ura, ich hab dich grad nicht gesehen Ich hab dich grad nicht gesehen, Nico Ich dachte, du hättest das kaputt gemacht Ne, ich mach mal, Alter Ja, mach einfach mal irgendeine Auslösung Ich find kein Redstone, das ist scheiße Aber keine Eisen, das geht nicht Wir werden an den Hunger stellen Warte Dann verhungern Wo ist jetzt der Minenschaft? Ah, dahinten, oder? Ja, du darfst tausende von Seeds Hast du die nicht aufgesammelt? Hier? Nein, ich hab alles 33 weiter Ja, hier Ey, wo bist du denn gestorben, Nico? Ja, da wo du mich... Eigentlich sind wir noch 36 Oh mein Gott Wir haben jetzt zwei Mining Turtles Nice Warte, vielleicht ist oben im Baum noch was Nimm mal Kohle mit Der Baum ist unsere Sicherung Unser Notfallplan Wenn der Baum nicht wäre, wären wir nicht Brauch'n größeres Ah, Alter, hier sind 40 Seeds drin Ach, das ist gar keine Schaufel, das ist ne Ruhe Äh, ein 26 Denk hier die ganze Zeit hätte ich gar für so ne Schaufel, die ohne die hält und das ist einfach ne Ruhe Was? Ey, Erdkammer ist hier, also die Mitte der Mine Geh hier mal lang Ach, so ne Erdkammer ist immer die Mitte der Mine Ja Wusste ich gar nicht, weil ich hab immer geredet, wo ist die da? Ähm, tust du irgendwo hinstellen? Also bisschen weiter weg von uns im Maus und ins unser Haus Ich werde jetzt hier irgendwo hin Die ist jetzt eigentlich die, äh, Team-Einteilung Dann geh weg, gehen und so Wow, ich hab ne Kiste gefunden, wo die alle waren Genau, Jan, genau Jan, in welchem Team bist du? Ja, Dias, Minwang, Holzschwelle und Teerölflasche und Reicheisen Äh, Leute, da ist n Oger, da ist n Oger, reil, draußen Nein, tu dich Nein Weißt du, wo die Sachen sind? Ich hab ne Ritze gefunden Ja, wir können leider Woah, fuck, Beowulf Mach dir ein bisschen Rüstung ein bisschen Ja Aber nur Rüstung Wer vom Oger verfolgt wird, ne, geht nicht ins Haus Der rennt weg und der muss dann irgendwie sterben Nein, 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 wir können erwerben hier durch Nein Geh weg, geh weg Geh weg Was ist? Irgendwas hab ich gehört mit euer Team Wenn mir vielleicht zu einsam ist, in Anführungszeichen, ähm, fand ich vielleicht gehört Scheiß, Alter Zu einsam? Also, ja, ich kämpfe, hab allein komplett zu mahnen, dass ich mich vielleicht euer Team anschließen kann Nein Oh, hab'n Spawner gefunden Ja, kannst du das voll Kann er dann in euer Team? Äh, Timo, es ist nicht die höchste Spielheitsstufe, ich krieg' keine, äh, Vergiftung von den Spinnen Oder, nein, in Höheren Spinnen Äh, das hat doch nichts mit Schwierigkeitsstufe zu tun, auch auf Live kriegst du die Vergiftung von den Spinnen, du wirst spoil Scheiß So, komm Ja Also, kann er denn euer Team? Meint er nicht? Ne 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 Ja, ich mein' ja Nikos Team, also Timo, ob ich da... Oh Gott, dein Skorpion 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 Nein, kannst du nicht Da hinten ist ein Ober Oh Mann, das ist doch scheiße Boah, hast du jetzt beide meine Törtel verloren? Sooo Nein, die sind noch da drinnen, aber ich kann nicht mehr hin Weil da ist noch das scheiße Jan, äh, ist irgendwann bitte Ach Mann Mach dir doch Wir brauchen Redstone Wir brauchen Redstone Wir brauchen alles Ich leg' jetzt alles Ja, Redstone für die Turtel, äh, die Turtles Ich glaub, der Besten, die sagen, wenn du die Kirchen lang kannst, die umbringen lassen, dann juckt's keinen mehr Dann haben wir auf jeden Fall zwei Personen, die fahren, und das ist das Gute Wenn du dich alleine fühlst, man kann hier auch Tiere tüchten Oh, ich hab glaub ich die meine Törtel Ja, dann tu es dir schnell in die Kiste Ja, ich hab beide, ich hab beide Die Kiste legen, und lass es einfach, wir kommen dann hoch und machen das Oh, ich hab beide meine Törtel, oh Nein, nein, nein Nein, ernst Ja, Junge, ich brauch Essen Inventar ist voll, warte, lass mich rauswerfen Essen ist wichtig Unwichtig Unwichtig Die ganze Kohle, die aber drauf geht, ey Ja, Alter Äh, wir sind, naja Wir sind wahrscheinlich immer noch Steine Nur ausleuchten, ne den Spawner Wir sind wahrscheinlich schon weiter mehr Technik als wir Weißt du, wer uns da draußen bauen dann Aber dafür haben wir lange Zeit Wenn wir ne Portigun haben, können wir da Das so wie so Stimmt ja, schreckt Ja, es ist witziger bei uns Wenn Nico wach wäre Ah Ja, das ist das Problem Also wir haben schon mal aufgenommen, ungefähr drei Stunden Aber da ist was mit dem Videomaterial passiert Weil Timo ne Mango ist Und das ist richtig traurig, weil Da war Nico auch noch ausgeschlafen Das war richtig witzig Ausgeschlafen Naja, ausgeschlafen Ich hatte nen richtigen Energy Drink drin Ja Jetzt hab ich hier so nen kack Aldi behindert Ah, das trinkt doch gar nix Ja, aber nächste Aufnahme wird Nico auch wieder zu zeigen Alter, da kommt schon wieder so ein Schnell Ja, jetzt ist, jetzt ist Freitag Jetzt ist morgen die letzte Regatta Und dann bin ich durch Aldi, ist lecker Also, alles wird besser Oh, es ist ein Dach draußen Alles wird besser Alles wird besser Alles ist besser als ewig zu sein Ich hab übrigens heute gewonnen Eine wasserdichte Handyhülle Wow Geil, was? So machst du jetzt in letzter Weise begeistert Was meinst du noch nicht mal rein, Alter, dass wir so ein Nokia-Zeug Das war ja nur so ne Spaßgegatter, weil da die Kleinen mitgefahren Ja, geschenkt dir das, was du mitgekommen hast Da haben halt, erster, zweiter, dritter, haben halt das Geschenk bekommen Ein Popel aus meiner Nase Und du? Und du nimmst den kleinen Kinder das Geschenk weg Aber die haben auch teilweise Wir haben auch, also die anderen von meinem Boot haben Magic Marine Handschuhe bekommen Die ungefähr das Stück, keine Ahnung, 40 Euro kosten What? Ich bekomme ne Handyhülle, Alter, ich will auch die Handyhülle Nein, ich hab die Handyhülle genommen, weil meine Handschuhe zum schon äh, schon ziemlich Porno sind und ich deswegen keinen anderen brauche Ja, dann hätten wir natürlich die Handyhülle für n Euro Ja, klar, weil wir die brauchen Für Musik Eine Handyhülle Ja Hat der nicht mehr Handy das da reinpasst? Da kommt ein B3-Player rein oder wir packen da Geld rein, wenn wir eine Promenade oder so wollen Promenade! Ich mag Marmela! Braucht jemand ne bessere Spitzhacke? Ich hab ne Eisenspitzhacke Hier als ne Eisenspitzhacke Morgen und morgen kommt ne richtig geile Regatta Ich freu mich schon auf Ja, Maranta, da spielen die Lüge Also hier, hier rennen voll viele Skelette rum und im Bogen Ja, die, keine Ahnung Ist die schon bei Händen da drin Timo? Hä? Diese dreieckigen Dinger Also dieses dreieckige Stein Sind das Verbine? Keine Ahnung Hast du denn überhaupt Spitzhacke, ne Spitzhacke um das abzubauen? Ja, ne? Nur Stein Was? Dann geht das nicht Ich bring dir mal ne Eisenspitzhacke Ja, ich baue die auch nicht ab Ja, wir brauchen die aber, wo bist du denn? Ja, dann komm wir runter Und bring das Jetzt brauchst du doch auch Eisen Echt? Ja klar Nein Wo bist du denn? Ganz unten? Ja Und dann in die Höhle rein Warte Und bring dir was zu essen mit Das, wir haben nichts zu essen Ehrlich? Ich hab aber keine Keulen mehr, also keinen Hungerbalken Oh, hi Lukas Ich hab mal ein bisschen ausgeleuchtet Lukas Leck, 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 leck Dann hast du mittlerweile die Die Explodiere ich vom Kopfverküter Nein, 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 nein Ich hab's gesagt, ich hab nichts zu essen Ja, ich hab nichts zu essen Oh mein Gott, ein Werwolf Obwohl doch, ich hab hinten Ja, okay, dann machen wir das nachher, ne? Ja, beeiert euch mal, sonst stell ich die auf Stell dir doch einfach auf Ich weiß ja nicht wo, die, die haben Wahrscheinlich nein Juck den einfach nicht Ey, jetzt kommt dein scheiß Skelett Alter, die haben's bietig Das ist... Schlimm Nein Ess raus Ey, in den Trunen ist kein Essen mehr Das ist Tatsache Ja, ich... Ich hab noch einen gemacht Ey Rindchen Ja Saphir Dabei? Ja Mensch, wird das aber auch wieder runterkommen Man, ey Ja, ich hab mir extra zwei Schwerter gemacht Wir wollen alle essen, das ist das Problem Oh, Mund Und da hab ich Holz dabei Alter, ist du auch schon ein Goldabflüger Ich bin in der Höhle unten Neun sagt hier auf einer Stelle Geil Luka, komm zurück Nein Bin hier grad voll weit unten Ja, warte, ich komm gleich Mein Inventar ist sowieso frei Dann stell ich die Turf um Oh, mit null Coilen und zweieinhalb Herzen Überlebt man nicht lange Ja, wenn du da bist Timo Ja Was ist wichtig, der Quarz? Darfst du der Quarz? Beides, beides Und hier Fürs ME-System Fürs Lackensystem, wo ich gestern gebaut hab Ah Das brauchen wir unbedingt wieder Jaja, auf jeden Fall Und es ging richtig einfach zu scraften Deswegen meine ich, machen wir das auf jeden Fall wieder Ah, hier sind Rubine Ja, okay, das war sinderbar Guck mal, ich muss dann auch wieder rum Ich brauche Kohle Hier fackeln Wir brauchen wieder viel Eisen, ne? Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... 25 Weil ich da meistens dran vorbeigelaufen bin Aber mir fehlt das gerade eben wieder eins Ja, wir sind immer schon ausleuchten Hier sind 32 Ohr, äh... Iron Ohr? Ja, lasst du nur nicht durchbraten, weil wir können ja äh... Wieso lässt du bei ner Crafting Box ein Eisenschwert liegen? Äh... Ja, weil das Flasch kaputt ist Ja, dann reparier ich damit meins ein bisschen Greifen Wölfe ein an Äh... Nur wenn du sie schlägst Obwohl, was für Wölfe? Ja, Wölfe halt Die normalen Nur wenn du sie schlägst Das ist Daniel Das ist so normal Komm, wir haben uns an, ob es wer will Heiß es nicht Macefabricator? Ich glaub, ich war ein guter Da hast du Wasser ganz schön raus Kannst Wasser ganz schön raus? Warte ich, ich schwimme auch noch oben nach oben Ratte Ja, auch noch oben Ja Ich hab ja, ich hab wo Ratte Alter, das ist lecker Alter, wisst ihr was wir für einen Mace-Avator brauchen? Ja, ja, ja Ja, ja Das Ding machen wir noch erst spät Heiß in Ogre! Fuck! In der Höhle? Ja, und der machte gerade alles kaputt! Wie die einfach bei Schadenfreude haben Die haben wir uns auch gehorft Ja, wirklich Ich würd sagen, unsere Gruppe machten Wünschen Feißhalter! Was ist? Ein Bündnis mit Nils Ja, also... Das würde ich euch schon mit dem... Irgendwie kehren oder so Ne, kann ich ja nicht Ich würd mir noch mal überlegen, ob wir ein Bündnis mit dem machen Ja, Bündnis, das heißt nicht zusammenspielen Timo, wir... Wir sagen, wir könnten ein Bündnis mit Nils machen, damit er nicht so alleine ist, ne? Ich krieg euch okay Ja, Bündnis ist ja eigentlich... Ich weiß nicht, wo Niklas ist Niklas kriegt grad einen Fisch Ja, okay, dann wollt ihr ja... Nein, ich lebe! Geh dann! Geh dann! Geh, komm zurück! Wir wollten freundlich zu dir sein mit Bündnis Ne, ich höre nur Lukas den längenden Fisch Naja, ich bin erstmal weg, glaub ich Wo denn? Was ist dieses riesige... laute Geräusch? Boah! Wir gehen hoch, okay Ja, wir warten, dann hören wir jetzt auf Ja, ne, spiel doch einfach weiter Nein, du... Wir haben grad mal ne Stunde Ja und? Reicht doch fürs Erste Morgen ist dann ne bessere Aufnahme Wir müssen ja... Neh mal morgen LS auf Aber ob ich morgen fit bin, wenn du mir nen Energydrink besorgst Ja, aber morgen wird noch anstrengender Ja, dann nicht Ja, wir müssen mal gucken, wir haben doch genug Zeit Ja, wir wollen ja morgen lang sein, oder? Ja, dann nimm mal... Keine Ahnung Dann sehen wir gleich lang, oder? Tschüsschen Ja, ist krass, alles gleichzeitig gut Doch Alter! Der macht zehn Blöcke gleichzeitig weg auf der scheiß Urga Ach nee Wo bist du denn? Ich... ich logge dir mal zu uns, ne? Hallo Hallo Olga Sollen wir Freunde sein? Na jetzt... Hey Timo, da kommst du hoch Ich seh dich Ja, ich seh dich auch, aber ich... Ah, da... Ah! Oh! Ey, gefahren der gegen die Items? Weiß es nicht Oh man Süßer, Olga! Du bist der schönste Oger, den ich nie gesehen hab Ich mag dich! Ja, ist Oger! Ja, lust! Lass... lass mal... Lock den mal ein bisschen durch Ich hab dich lieb, Oger! Lock den mal ein bisschen durch Alter, was war das denn? Ey, Lukas! Wow! Lukas, hör auf! Lukas! Bitte helfen! Lukas, wie ist denn? Was geht bei dem ab, Alter? Habt ihr was gehört? Ja, Alter! Nein! Wann denn da gerade ein Loch in der Wand, oder was? Was? Weine, der steht hier oben mal und drüber rum sind so Zombies und all dem Scheiß, die ich gerade umbringen wollen Oh Gott Dadurch, dass du jetzt gestorben bist, darf der mich jetzt nicht mehr Ich bin erstmal weg Nach oben In Sicherheit Alter, hast du mein Glück? Lukas, der längene Mensch Bitte, kommst du zurück? Ja, bin schon auf dem Weg So, nach oben gucken, welche Alten sind alles Ich bin gerade beim Lava übergangen Ich seh dich da unten Verwarte ich sicher noch mal eben kurz den... Leute, wir machen gleich aus Ja Das ist langweilig, oder Nico? Ja Lukas ist auch noch weg Haben wir erstmal Pause mal für heute? Ja Dann würde ich sagen Das war's erstmal für diese Aufnahme Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Tschüss Tschüss Los